Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RUST! Mit dabei der Shepard. Halli Hallöchen! Der gerade auf dem Weg ist, ihr seht, ist fast da. Ich habe mir mal hier einen Schlafsack hingelegt, falls wir mal sterben bei der Sprengladung zünden oder falls gleich jemand kommt hier. Vielleicht kommt der Edmund Moses von da hinten rüber. Kann ich mir gut vorstellen. Warum sollte er auch nicht? Ja, man sieht schon, oder? Ne, ich dachte, wir packen Garagentor durch. Kann natürlich gut sein, dass der Garagentor hat. Ich überlege gerade hier durch die Wand, aber ich weiß nicht, ob wir dann da durchkommen. Wird wahrscheinlich auch keinen Sinn machen. Fünf Türen, das war's. Eins, zwei, drei, vier, das wird wahrscheinlich auch nicht reichen, aber go. So, ich bin oben. Pass auf. Ist wahrscheinlich ein publiker Offline-Welt. Naja. Wir haben es versucht, Leute. Mehr kann man nicht sagen. Muss man halt auch mal gnadenlos anerkennen, dass er einfach besser war. Und das alleine. Zwei. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir alle hochgehen. Ja, ja, ja. Da sind wir schon vor der Endeffektion. Entscheidung. Gehen wir nach rechts. Gehen wir gerade aus. Wie der Kühlschrank hier steht, ist die Frage, ob der überhaupt da durchkommt. An der welche Richtung die Tür aufgeht. Ja, ja, ja. Ich denke, das ist eine Fake-Tür hier. Aber ich mache das trotzdem auf. Komm, beeil dich, bevor einer hochgeht. Der Rift. Oh, Garagentor. Fuck it. Wie viele Sprengladungen braucht man da? Gute Frage, ne? Oh, Rohre. Werkbank habe ich auch gefunden. Rohre. Ich habe keine Ahnung, wie viel Sprengladung ich für ein Garagentor brauche. Das ist ein Problem. 4 für eine Blechtür. Ich weiß nicht, ob die 10 reichen. Ich glaube 10. Blechtür hat 250. Ja, Garagentor hat 600. Ja. Ja. Mindestens 10. Ich hau die 10 da dran. Ja, genau. Arschloch. Gut, dass der Schlafsack hier liegt. Okay, irgendwas ist innen drin kaputt gegangen? Kiste? Ja, das Bett. Das Bett. Das Bett war's. Aber hey, 13 Rohre. 4 Pythons. Hm? Die brennt immer noch. Ja. Junge, Junge. Ist wieder der Quavo, ey. Bei 220. Ist der schon da? Es war ja klar, dass er kommt. Ah, ich bin down. Scheiße. Äh, der kommt von... Links, wenn du rausgehst. Ja, das ist der Grizzly. Meine Fresse. Das ist gut, ist er. Das ist gut, ist er. Junge, Junge, Junge. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich kann auch eine Spritze nehmen. Ich glaube, ich habe ihn. Ich hätte mich jetzt auch gewonnen, wenn ich das noch überlebt hätte. So, komm doch mal rüber. Mach das. Dein Feiten hat er sich direkt reingezogen. Ja. War so logen, dass er kommt. Ja, ja. Ja. Ich sage ja nichts. Nee, war auch eigentlich mehr an die Zuschauer gerichtet. Ach so. Die ganze Zeit die Würmer wegknallt, dann gehst du auch zu den Springladungen hin. Ich bin halt auch voll, ey. Ach, reicht locker die Springladung für das Garagentor. Drei Stück sind hochgegangen. 110 sind weg. Nee. 110 sind 70. Ja. 8 oder 9 reichen. Aber wenn da natürlich der Hauptdut hinter ist, hat das auch schlecht gebaut. Aber vielleicht ist der Bauschrank da, das reicht ja schon, dann könnte man eine Tür reinmachen. Ja, ich muss jetzt erstmal um den Shepard warten. Ich weiß halt nicht, ob der Typ sich hier in den Schlafsack gelegt hat. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch einen Schlafsack hier. Den kannst du dir dann legen. Ich habe auch deinen Python und so, ne? Warst du alles, oder was? Ja klar, ich habe ihn gekillt. Ach so. Ich habe alles von dir. Also beziehungsweise das, was er hatte, nur den Python im Inventar. Dein Zeug. Aber du hast einen Suit angehabt, oder? Ja. Äh, ja. Ja, Suit habe ich auch. So. Bin da. Okay, dann kommen wir zur Tür. Spritzen liegen auch noch hier im Vier. Ah, der kommt schon wieder. Meine Herren. Ist schon wieder da unten, oder was? Na. Klar kommt der auch wieder, das war ja klar. Hm? Muss ich kurz heilen. Kannst du die Spritzen noch nehmen, oder liegen die noch da? Hm. Ich habe noch welche. Egal. Egal. Ja, nimm mal die Fehlspritzen. Genau. Ich weiß nicht wohin es. Ich weiß es auch nicht. Problem ist, ich kann halt nicht weiterspringen, weil ich mich selber fracke hier drin. Muss also raus, auch wenn er da noch rummeiert. Ich guck mal. Also gerade war er Richtung Norden halt, ne? Okay, das war ja auch hin. Entweder ist er abgehauen, oder es ist noch ein anderer gekommen. Okay, spring mal weiter, scheiß auf. Hoffe ich fricke mich nicht wieder selber. Äh, von Nordosten 50 sowas. Alter, der gibt mir von da ein Hattie, ey. Das ist lächerlich. Das war echt lächerlich. Das war echt lächerlich. Junge, Junge, Junge. Ich will halt wirklich die scheiß Sprengladung noch, übrigens das Garagentor wegkriegen. Dann können wir ihn gerne angreifen gehen. Du hast noch cooldown oder was? Was cooldown? Ich bin noch nicht tot. Achso, ich dachte. Nein, nein, ich habe nur ein Hattie gefressen. Hm. Das Problem ist, wenn ich die Sprengladung setze, muss ich zur Tür gehen. Und wenn er dann gleich wieder da auftaucht, dann war es das für mich. Aber okay. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Naja, der ist aber noch da. Jajaja, klar. Da muss ich ihm nichts vormachen. Der wird versuchen, irgendwie mich zu umlaufen oder irgendwas. Ja, ja. Denke ich auch. Okay. Zwei Stück noch. Scheiße, noch mal aus. Hinter mir. Südosten. Weiß aber nicht wo. Boah, ich bin immer im Hauptblut auf jeden Fall. Nur mal so nebenbei. Ja, was man so Hauptblut nennen kann. Ah. Hab ich schon wieder. Meine Fresse. Wo? Wieder vor der Tür? Der kommt direkt von hinten. Direkt hinter der Base kommt er. Wenn du raus guckst, eher von rechts, rechte Seite. Gut, diesmal weiß er was passiert. Er wird... Vielleicht wirft er eine Granate oder sowas. fröhliche Sterben. Du hast den Schlafsack gelegt. Ja, wollte ich ja eigentlich grad machen und dann kam der ja schon. Ich hab mir ja schon beschossen, wo du mir das Zeug gegeben hast. Ja. 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 Ah, die hatte Dreckssache mit dem Feuerfall. Ich glaube zwei Stück. Okay, ich werde ihn pushen müssen. Es sei denn, du bist relativ zügig hier. So. Ist down. Ich habe aber auch nur noch sechs HP. Was, er ist down? Ja, er ist down. Ich hab mir doch den Python, ey. Ist wie ein Rover war gekommen, ja, aber. Ja, jetzt wieder. Okay. Neue Federn sind die auch noch, ey. So, ich habe sechs Suits mittlerweile. Hm. Oh, die habe ich da gar nicht reingeguckt. Oh, 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 oh. Bist du das? Ja, 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 ja. Hast du was zum Heilen? Komm mal rein. Hast du ein Python? Nee, ne? Hast du ein Python? Nee. Ein Volvo. Hier in der Kiste. Müssen wir beide, der wird direkt hinter dir sein. In der Kiste und nimm mal das UFO und den ganzen Scheiß aus den Öfen noch mit. Mal gucken, ob wir, ob wir nach Hause kommen. Hast du was zum Heilen oder nicht? Ich bin gerade voll. Okay. Wenn er gleich kommt, dann wahrscheinlich ja, aber. Müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir wieder wegkommen. So. Die Bananen-Helie ist auch schon wieder da. Gut. Erstmal das Wichtigste damit. Bist du? Ja, dann go. Muss mal ein bisschen hier so links gehen. Weil wenn, dann kommt er eh von da. Hier von der Küste irgendwo, denke ich. Hinter mir! Au, Mann. Richtung Norden. Ja, ja, ich weiß. Junge. Jetzt kann ich was zum Heilen gebrauchen. Alles gut, ich nehme die letzte Bandage. 60 Heels. Ach, du bist tot! Ja, habe ich doch gesagt. Alter, was ist denn los? Doch nicht so gutes Aiming. Ja. Jetzt war blutig, ey. Nix zum Heilen hab. Mann, macht der uns nass, ey. Was lächerlich, ey. Ja. Leute, das ist ein unwürdiges Ende von der Staffel. Das war es auf jeden Fall mich. Der Typ hat mich fertig gemacht. Ganz ehrlich. Wie lächerlich. Ganz ehrlich. Richtig lächerlich. Da fällt mir nix so ein, ey. Gar nix. Chapeau an ihm. Auf jeden Fall. Aber auch extrem schlecht von uns. Muss man leider so sagen. Gut. Leute, in diesem Sinn. Erfolg ist durch. 21 Minuten. Hey. Wir haben ein Raid nicht erfolgreich geschafft, weil wir einen Loot nicht nach Hause gekriegt haben. Ja, man könnte jetzt nochmal fighten nehmen. Nochmal hingehen. Und nochmal fighten. Aber wir haben 4 Uhr 14. Nö. Ich hab die Schnauze voll. Von daher. Mir geht's aber also. Ein Fazit zieh ich morgen. Alles gut. In diesem Sinne, Leute. Ja. Keine Ahnung. Schreibt was dazu. Was er meint. Und gut ist. In diesem Sinne. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.